um ich habe auch Kologe ob er um und er kann schreiben kann weil er ist nicht erinnert ja ich habe ja nicht geändert Das war's für die Infusionen. Wir haben uns an. um 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 oh um 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 warte auf zu spielen los viel warum ich da rum braucht man nicht Schau, schau, schau. 1 bleib erst mal hier unten kommt einer mit dem Fahrzeug Einfach wegbleiben von dem Ding, das ist so ein, so ein, ähm, ja, das heißt so was wie eine Strohfliehe, so die Scheiße. Komm hier rein, ich hab doch nicht mal mitten auf der Straße liegen. Okay, ich hab doch nicht mehr, ich hab doch nicht mehr. rechte seite zwei leute da haben wir es doch schon thanks to the deceased contributing to my research spieltrek spielt auch das zwei Oha, dich hat er gedowned, muss ich noch helfen Oh, da unten ist einer direkt Es ist one shot, 1 hp Oha, ist so close, oha, ist die nicht Linke Seite Oh, fuck Oh, man, dieser Bastard Kann mich hier einmal hochholen? Oh, ne, war der Team mit nicht bei dir? Keiner bei mir Prost, kannst du mich hochholen? Oh, ne, ich bin gerade da Da hinten ist keiner gewesen Ich bin grad da auch selber down Der Typ geschwitzt, oha Ja Guys, you have restoring shields Recovering, hang on guys Reloading Shhh, man Bandaging Nein Kannst du mich mit einem Fahrzeug holen? Ne die Zone macht zu viel Damage Nein das geht nicht Das geht nicht Ja wobei ne das ist schon zu klein Vielleicht Hör auf das wir dauer picken jetzt Der hat 188 in den Kopf bekommen Oh ich hab die Granate verfehlt Oh ich hab die Granate verfehlt Welche sind oben Oben ja seid gepinkt Tschüss Ah ich hab nemal bekommen Sind beide auf dem Dach Beine? Einer muss irgendwo rein Ich hab zwei gesehen Wenn du Hilfe brauchst All you gotta do is call my name Jetzt hab ich nur 14 Kills gemacht Weil der alles abgestoppt hat Hätte einen mehr gebraucht Jetzt kann ich mich nicht schaffen Stay by my side Genuine happiness and hope lie beyond this Hallo Leute Hier ist der MC Rossi Fanshop Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles vieles mehr Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte Hier gibt es jede Menge Schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop Alles was ihr braucht Alles was ihr braucht